Das Regierungspräsidium Tübingen begrüßt Sie ganz herzlich am Bauprojekt Ortsumgehung Reutlingen B312 Scheibengipfeltunnel. Der Scheibengipfeltunnel ist das Kernbauwerk der 3,1 Kilometer langen östlichen Ortsumgehung der Stadt Reutlingen im Zuge der B312. Er verbindet die B28 B312 am Knoten Efeu im Norden mit der B312 am Knoten Südbahnhof. Die Ortsumfahrung soll zur Entlastung der Reutlinger Innenstadt beitragen. Erste Planungen dieser Ortsumfahrung gehen bis in das Jahr 1967 zurück. Die Baufreigabe wurde nach langer Planungsphase im Februar 2009 erteilt. Der Scheibengipfeltunnel hat eine Gesamtlänge von 1910 Metern, wovon 1620 Meter in bergmännischer Bauweise und 290 Meter in offener Bauweise hergestellt wurden. Der Tunnel schließt im Norden und Süden an das bestehende Bundesstraßennetz an. Der Schnitt durch den Tunnel zeigt dessen Lage im vorherrschenden Gebirge. Der Scheibengipfeltunnel liegt im Bereich des schwäbischen Schichtstufenlandes und durchfährt Ablagerungen des Braunjura, Alpha und Beta. Die maximale Überdeckung des Gesteins über dem Tunnel beträgt an der Spitze des Scheibengipfels ca. 98 Meter. Der Tunnel fällt von Norden nach Süden mit einem Gefälle von 0,8 Prozent ab. Dies ergibt sich aus den 16 Metern Höhenunterschied der beiden Anschlüsse. Aus sicherheitstechnischen Gründen verläuft parallel zum Haupttunnel im Abstand von 21 Metern ein Rettungstunnel. Diese beiden Tunnel sind alle 240 Meter über sieben Querschläge miteinander verbunden. Dabei ist jeder zweite Querschlag im Haupttunnel als Nothaltebucht ausgebildet. Der Rettungstunnel wird unter dauerndem Überdruck gehalten. Dadurch können im Brandfall bei geöffneten Fluchttüren keine Gase in den Flucht- und Rettungstunnel gelangen. Im Brandfall erfolgt die Entrauchung des Tunnels über das Betriebsgebäude im Süden. Im Verlauf des Tunnels variiert dessen Querschnitt. Die Ausbruchfläche des Haupttunnels beträgt ca. 99 Quadratmeter. Dies reicht für ein Lichtraumprofil mit einer Breite von 9,50 Meter und einer Höhe von 4,50 Meter aus. Das Lichtraumprofil des Rettungstunnels beträgt 2,80 Meter x 3,10 Meter und hat somit eine Ausbruchfläche von ca. 20 Quadratmetern. Im Bereich der Haltebucht ist sowohl der Querschnitt des Haupt- als auch des Rettungstunnels aufgeweitet. Im Bereich der Bergmenschenbauweise ist der Tunnel als zweischalige Konstruktion mit einer bewährten Spritzbetonschale und einer Stahlbeton-Innenschale konzipiert. Die Innenschale des Haupttunnels wird als wasserundurchlässige Betonkonstruktion ausgeführt. Der Querschnitt von Haupt- und Rettungstunnel im Bereich der offenen Bauweise unterscheidet sich zu den Querschnitten im Bereich der Bergmännischen Bauweise. Dies wird vor allem am Rechteckquerschnitt des Rettungstunnels deutlich. Am 18. August 2009 erfolgte der Spatenstich für die Ortsumgehung. Vor Beginn der Bergmännischen Bauweise musste der Bereich vor der Tunnelanschlagswand im Norden wie auch der Bereich im Süden ausgehoben werden. Hierfür wurde zuerst die Baugrube durch einen rückverankerten Verbau mit Spritzbetonausfachung gesichert und anschließend Schritt für Schritt ausgehoben. Dabei wurden im Bereich vor dem Südportal ca. 75.000 m³ und im Bereich vor dem Nordportal ca. 30.000 m³ Erdmassen ausgehoben. Mit dem eigentlichen Tunnelvortrieb wurde am 11. Oktober 2012 im Norden begonnen. Der Tunnel wurde im Bagger-Sprengvortrieb nach dem Prinzip der neuen österreichischen Tunnelbaumethode aufgefahren. Diese Methode nutzt die Eigentragfähigkeit des Gebirges zur sicheren und wirtschaftlichen Herstellung des Tunnels. Im ersten Schritt wurde hierbei ein Rohrschirm in die anstehende Felswand gebohrt. Dieser Rohrschirm dient zur Sicherung der Tunnelfürste bei nichtstandsicherem Baugrund und ragt ca. 10 m³ in den Fels hinein. Anschließend wurde mit dem Baggervortrieb begonnen. Hier ein kurzer Überblick über die wichtigsten Maschinen und Geräte, die im Tunnelvortrieb eingesetzt wurden. Der Ausbruch der anstehenden Erdmassen im Tunnel erfolgte mit einem Tunnelbagger. Dieser Bagger gräbt sich mit einem Reißzahn oder bei zunehmender Gesteinshärte mit einer Anbaufräse in das vorhandene Gebirge. War der Bagger selbst mit der Anbaufräse zu schwach, wurden Lockerungssprengungen durchgeführt. Zur Herstellung der Sprenglöcher kam der Bohrwagen zum Einsatz. Mit einem Radlader wurde das gesprengte Material aufgenommen und auf Muldenkippern abgefahren. Mit dem Spritzmobil wurde der angelieferte Spezialbeton zur Sicherung des Gebirges auf den Fels aufgetragen. Beim Vortrieb war es zeitweise nicht mehr möglich, das anstehende Gestein mit dem Bagger zu lösen. An dieser Stelle wurden deshalb Lockerungssprengungen durchgeführt. Für diese wurden mit dem Bohrwagen, gemäß Sprengleitbild, pro Sprengung 120 Löcher in die Ortsbrust gebohrt. Jedes Sprengloch wurde anschließend im Schnitt mit ca. 840 Gramm Sprengstoff bestückt. Mit einer Sprengung konnte so ca. 1 Meter weit in den Berg vorgedrungen werden. Am Tag erfolgten im Schnitt bis zu 4 Sprengungen. Mithilfe der Zündfolge der Sprenglöcher wurde zuerst ein Einbruch in der Mitte der Ortsbrust herausgesprengt. Anschließend erfolgte die Sprengung des Randbereichs ringartig von innen nach außen. Diese Technik dient zur Minimierung der Erschütterung. Aber sehen Sie doch einfach selbst. Sprengung Sprengung Das locker gesprengte Gestein konnte anschließend vor der Ortsbrust mit einem Radlader aufgenommen und im Tunnel auf sogenannte Damper verladen werden. Nachfolgend wurde das Material durch den Tunnel zur Zwischendeponie vor das Nordportal transportiert. Dieser Vorgang wird auch Schuttern genannt. Im Anschluss wurde das zwischengelagerte Material auf LKWs mit Straßenzulassung umgeladen und auf Deponien im Umkreis abgefahren. Während der gesamten Vortriebsarbeiten wurden ca. 240.000 Tonnen Erde und Fels ausgebrochen und abtransportiert. Nach der Entfernung des locker gesprengten Materials musste das freigelegte Gebirge gesichert werden. Dazu wurden im ersten Schritt Stahl- und Gitterträger angebracht. Diese bilden einen stabilen Ring, der anschließend mit Spritzbeton gesichert wurde. Der Spritzbeton wurde über Förderleitungen transportiert und mit dem Spritzmobil mittels Druckluft an die Wände und auch über Kopf an die Fürste angebracht. Der schnell erhärtende Spritzbeton wurde bis zu einer Stärke von 25 cm eingebaut. Nach der ersten Sicherung mit Spritzbeton wurde das Tunnelgewölbe zusätzlich mit Radialankern gesichert. Die kreisförmige Anordnung der Radialanker verteilt über das Gewölbe wirkt als Verdübelung zwischen dem Gebirge und der Spritzbetonaußenschale. Bei der neuen österreichischen Tunnelbauweise wird der Tunnel mit einem vorauseilenden Kalottenvortrieb hergestellt. Die Kalotte bildet dabei die oberen zwei Drittel des Tunnelquerschnitts. Das untere Drittel teilt sich auf in Strosse und Sohle. Die Vorgehensweise der neuen österreichischen Tunnelbauweise mit der Unterteilung in Kalotte, Strosse und Sohle wurde wegen der höheren Sicherheit sowie der geringeren Gesamtverformung des Gebirges eingesetzt. Die tägliche Vermessung des Gewölbes ermöglichte eine planmäßige Umsetzung des Tunnels in Lage und Höhe. Die Verbindung des Haupttunnels mit dem parallel verlaufenden Rettungstunnel erfolgt über insgesamt sieben Querschläge. Der Rettungstunnel und die Querschläge wurden aufgrund des kleineren Ausbruchquerschnittes von ca. 20 Quadratmetern ohne Unterteilung in Kalotte, Strosse und Sohle aufgefahren. Am 27. Januar 2014, nach ca. einem Jahr und vier Monaten Bauzeit, erfolgte der Durchschlag des Haupttunnels am Portal Süd. Nun konnte der Tunnel auch von Süden her mit den Baustellenfahrzeugen angefahren werden. Das Schuttern des Materials aus Strosse und Sohle erfolgte jedoch weiterhin nach Norden. Im Süden begann nun die Herstellung der Innenschale des Tunnels. Hierzu wurden verschiedene Maschinen und Geräte eingesetzt. Im ersten Schritt erfolgte die Herstellung der Sohle mit dem Sohlschalwagen. Hierfür wurden am Rand der Sohle Schienen verlegt. Alle nachfolgenden Geräte zur Herstellung der Innenschale im Haupttunnel bewegten sich auf diesen Schienen. Die Bewährung des Gewölbes wurde von einem Bewährungswagen aus eingebaut. Zur Betonage der Innenschale wurde der Gewölbeschalwagen mit den anhängenden Nachbehandlungswagen von Block zu Block nachgezogen. Für die Herstellung der Zwischendecke im Haupttunnel stand ein separater Schalwagen bereit. Die Innenschale des Tunnels wurde in den zwei Arbeitsgängen Sohle und Gewölbe hergestellt. Begonnen wurde mit der Sohle. In einem ersten Arbeitsschritt wurde eine Trennlage zur Vermeidung von Schwindrissen verlegt. Hierauf folgte der Einbau der bereits gebogenen Bewährungseisen. Die Bankette wurden mithilfe des Sohlschalwagens abgeschalt. Die Verteilung des Betons in der Sohle erfolgte über einen im Schalwagen installierten Verteilermast. Die Sohle bildet die Basis für den weiteren Fahrbahnaufbau und schließt das Tunnelbauwerk nach unten hin ab. Um die Wasserundurchlässigkeit der Innenschale zu gewährleisten, muss eine Mindestwandstärke von 40 cm eingehalten werden. Wie bei der Sohle wurde auch hier zwischen Innenschale und Spritzbetonschale eine Trennschicht verlegt. Anschließend erfolgte der händische Einbau der Bewährung, welche auf dem Bewährungswagen zwischengelagert wurde. Je Block und Tag wurden ca. 5 Tonnen Bewährungseisen eingebaut. Die Abdichtung der Fugen zwischen den einzelnen Blöcken erfolgt mit Fugenbändern. Nach Abnahme der Bewährung wurde der Gewölbeschalwagen in das zu betonierende Gewölbe gefahren und eingemessen und anschließend mithilfe von Hydraulikzylindern ausgerichtet. Um Verdrückungen des Schalwagens zu vermeiden, war während des Betoniervorgangs der Tunnelinnenschalen auf eine gleichmäßige Befüllung beider Seiten zu achten. Diese können aufgrund unterschiedlich hoher Betonstände und somit ungünstiger Druckverhältnisse entstehen. Die Betonrezeptur war entsprechend eingestellt, sodass der Beton bereits nach 12 Stunden eine ausreichende Frühfestigkeit erreicht hatte und folglich wieder ausgeschalt werden konnte. Zum Ausschalen des Gewölbes wurde der Schalwagen durch Einfahren der Hydraulikzylinder gleichmäßig verkleinert und anschließend auf Schienen unter das nächste Gewölbe gefahren. Die drei angehängten Nachbehandlungswagen schützten den jungen Beton für mindestens drei Tage vor zu schnellem Austrocknen. Des Weiteren wurde im Haupttunnel eine Zwischendecke eingebaut. Die Zwischendecke trennt den Fahrraum vom Abluftkanal und wird auf die dafür vorgesehenen Auflager der Innenschale betoniert. Bei der Herstellung waren vier Schaltische im Einsatz. Diese wurden mit einem speziell hierfür hergestellten Fahrwagen auf Schienen umgesetzt. Es konnten somit innerhalb einer Arbeitswoche bis zu fünf Zwischendecken hergestellt werden. In einem Abstand von ca. 80 Metern sind Aussparungen in die Zwischendecke eingelassen. Durch diese wird im Brandfall der Rauch aus dem Fahrraum in die Zwischendecke angesaugt. Über den Abluftkanal werden diese Rauchgase mittels großer Ventilatoren zum Betriebsgebäude Süd transportiert und dort in die Atmosphäre abgegeben. Parallel zum Haupttunnel erfolgte auch im Rettungstunnel die Herstellung der Innenschale in den zwei Arbeitsgängen Sohle und Gewölbe. Im Gegensatz zum Haupttunnel wird die Wasserundurchlässigkeit hier über eine Kunststoffdichtungsbahn gewährleistet. Diese wurde abschnittsweise verlegt und anschließend miteinander verschweißt. Vorteil dieser Konstruktion ist, dass die Betonschale aufgrund der eingebrachten Dichtungsbahn auf eine Mindestwandstärke von 30 cm reduziert werden kann. Somit konnte Bewährungsstahl und Beton eingespart und der Ausbruchquerschnitt reduziert werden. Nachfolgend wurde die Bewährung gestellt. Hierbei durfte die Kunststoffdichtungsbahn nicht beschädigt werden. Nach Abnahme der Bewährung wurde der Gewölbeschalwagen des Rettungstunnels in das zu betonierende Gewölbe gefahren und eingemessen und mit Hilfe von Hydraulikzylindern ausgerichtet. Die Betonage erfolgte anschließend. Das Ausschalen der Innenschale erfolgte nach einem Tag. Wie im Haupttunnel wurde daran angeschlossen, der Beton für drei Tage nachbehandelt. Die Herstellung der Innenschale im Bereich der offenen Bauweise erfolgte mit demselben Schalwagen wie in der bergmännischen Bauweise. Hier musste jedoch eine zusätzliche Konterschalung gestellt werden, da nicht gegen das anstehende Gebirge betoniert werden konnte. Nach dem Ausschalen wurde der junge Beton außen durch Thermofolien und innen, wie im Bereich der bergmännischen Bauweise, mit den drei Nachbehandlungswagen vor zu schnellem Austrocknen geschützt. Der Rettungstunnel hat im Bereich der offenen Bauweise einen rechteckigen Querschnitt. Es ist somit kein Schalwagen notwendig. Die Herstellung von Wänden, Sohle und Decke erfolgte hier mit konventioneller Schalung wie im Hausbau. Nachdem der Tunnel im Bereich der offenen Bauweise fertiggestellt war, wurde der Boden angefüllt. Im Süden wie auch im Norden des Tunnels wurde jeweils ein Betriebsgebäude gebaut. Der Bau des südlichen Betriebsgebäudes erfolgte parallel zum Haupt- und Rettungstunnel in der offenen Bauweise. Nach Fertigstellung der Bauarbeiten wurde neben dem Tunnel auch das Betriebsgebäude mit Bodenmaterial überschüttet. Daher ist vom südlichen Betriebsgebäude nur noch der Auslass der Entrauchung sichtbar. Sowohl im Norden als auch im Süden sind Teile der Anlagentechnik und des Betriebsfunks installiert. Das Betriebsgebäude Süd beherbergt zudem zwei Ventilatoren, welche die Entrauchung des Tunnels im Brandfall sicherstellen. Dagegen befindet sich im Norden ein 72 Kubikmeter fassendes Löschwasserbecken. Dieses dient der Feuerwehr im Falle eines Landes im Tunnel. Das anfallende Löschwasser sowie eventuell austretende Flüssigkeiten werden in zwei Havariebecken im Norden und Süden gesammelt. Der Scheibengipfeltunnel mit seinen zwei Betriebsgebäuden wird aus zwei Umspannwerken der Fährenergie mit Strom versorgt. Somit wird gewährleistet, dass bei Ausfall eines Umspannwerkes der Tunnel weiterhin betrieben werden kann. Beide Betriebsgebäude sind für diesen Fall miteinander verbunden. Die eingespeiste Spannung von 10.000 Volt wird von Transformatoren auf die für die Tunneltechnik benötigten 400 Volt herunter transformiert. Im Tunnel werden damit beispielsweise die Ventilatoren sowie die Beleuchtung und die Belüftung versorgt. Sollte doch einmal der Fall eintreten, dass der Scheibengipfel keine Spannungsversorgung mehr hat, sorgt die unterbrechungsfreie Spannungsversorgung, kurz USV, mit ihren Batterien dafür, dass die entscheidenden Gewerke noch mindestens eine Stunde weiter funktionieren und der Verkehr dadurch geordnet abfließen kann. Der Tunnel wird in diesem Fall gesperrt. Über die USV werden zum Beispiel die Durchfahrtsbeleuchtung, der Tunnelfunk, die Tunnelsteuerung und die Verkehrszeichen versorgt. Um sämtliche Sicherheitseinrichtungen sowie Leuchten und Verkehrszeichen im Tunnel und im Tunnelvorfeld mit Strom versorgen zu können, sind beim Scheibengipfeltunnel circa 300 Kilometer Stark- und Schwachstromkabel verlegt. Im Tunnel versteckt sich die Hauptverkabelung in Leerrohren im Notgehweg. Um die Kabel verlegen zu können, befindet sich alle 50 Meter ein mit Deckel verschließbarer Kabelzugschacht. Über Leerrohre in den Tunnelwänden werden von den Kabelzugschächten Kabel an die Tunneldecke geführt, die über die Kabelrinne die Betriebsmittel an der Tunneldecke versorgen, wie zum Beispiel Kameras, Lautsprecher und Tunnelleuchten. Für die Betriebsmittel im Tunnelvorfeld wurden Leerrohre im Erdreich verlegt und circa alle 100 Meter ein Kabelzugschacht angeordnet. Im Tunnel unterscheidet man zwischen der Durchfahrtsbeleuchtung und der Adaptionsbeleuchtung, auch Einfahrtsbeleuchtung genannt. Die Adaptionsbeleuchtung befindet sich jeweils in den ersten 250 Metern nach den Tunnelportalen. Die Durchfahrtsbeleuchtung zieht sich durch den kompletten Tunnel. Damit die Ein- und Ausfahrt für das Auge des Verkehrsteilnehmers so angenehm wie möglich ist, wird die Beleuchtung im Tunnel immer heller, je heller es draußen ist. Bei Dunkelheit ist die Adaptionsbeleuchtung komplett ausgeschaltet und die Durchfahrtsbeleuchtung leuchtet auf minimaler Stufe. Dafür messen leuchtdichte Kameras, die sich im Tunnel und auch außerhalb des Tunnels befinden, die Helligkeit auf der Fahrbahn. Die Tunneltechnik vergleicht die ermittelten Leuchtdichten auf der Fahrbahn und berechnet, wie viele der Einfahrtsleuchten eingeschaltet werden müssen. Alle 150 Meter befindet sich eine Notrufkabine im Tunnel. Diese sind zur besseren Erkennbarkeit für den Verkehrsteilnehmer dauerhaft beleuchtet. Die Notrufkabinen werden mit einer Notrufhinweisung Leuchte gekennzeichnet und sind in Verkehrsorange ausgeführt. Wird die Tür der Notrufkabine oder des Feuerlöschfaches geöffnet, aktiviert sich die Rundumleuchte an der Notrufhinweisleuchte an der geöffneten sowie an der davor und der dahinterliegenden Notrufkabine, um die Verkehrsteilnehmer vor einer möglichen Gefahr im Tunnel zu warnen. In der Notrufkabine befindet sich unter anderem ein mit einem Hinweisschild gekennzeichnetes Feuerlöschfach inklusive zwei Feuerlöschern sowie ein Handfeuermelder und ein Notruftelefon, mit welchem man direkt die integrierte Leitstelle Reutlingen bei der Feuerwehr erreicht. Alle 240 Meter befindet sich im Haupttunnel ein Querschlag, der zum Rettungsstollen führt. Im Fall eines Ereignisses im Tunnel, wie zum Beispiel im Brandfall, kann der Verkehrsteilnehmer durch eine Tür in den Rettungsstollen flüchten. Zur besseren Erkennbarkeit sind sowohl die Tür als auch die Fluchttürumrandung in grün ausgeführt. Zusätzliche Hinweise auf den Fluchtweg sind die Fluchttürumrandung aus grünen LED-Modulen und die Fluchtweghinweisleuchten, welche sich über der Tür und auf der Gegenseite des Tunnels befinden. Im Querschlag befindet sich eine Notrufstation, in der zwei Feuerlöscher und ein Notruftelefon enthalten sind. Parallel zum Haupttunnel des Scheibengipfeltunnels verläuft ein Rettungsstollen mit jeweils einem Ausgang im Norden und Süden. Der Rettungsstollen kann aus dem Haupttunnel über einen der sieben Querschläge erreicht werden. Im Brandfall wird im Rettungsstollen ein Überdruck aufgebaut, sodass der Rauch aus dem Tunnel nicht in den Fluchtweg gelangen kann. Die Einsatzkräfte können sich über Kameras einen Überblick verschaffen, ob oder wie viele Personen sich im Rettungsstollen befinden und eventuell Hilfe benötigen. Über Lautsprecher können ereignisbezogene automatisierte Texte eingespielt werden, über die flüchtende Personen Informationen erhalten. Die Einsatzkräfte haben aber auch die Möglichkeit, manuell über die Lautsprecheranlage flüchtenden oder hilfesuchenden Personen Anweisungen zu geben. Im Rettungsstollen befinden sich Hinweis- und Fluchtweg-Hinweisschilder mit Entfernungsangaben für den kürzesten Fluchtweg. Im Scheibengipfeltunnel befindet sich alle 75 Meter eine Videokamera. Diese Kameras sind in der Lage, automatisch Ereignisse wie Personen im Tunnel, verlorene Ladung oder Stau zu erkennen. Diese Ereignisse führen dann automatisch zu einer Reduzierung der Geschwindigkeit von 70 km pro Stunde auf 50 km pro Stunde. Wird eine Tür vom Querschlag oder einer Notrufkabine geöffnet, wird automatisch das entsprechende Kamerabild in der integrierten Leitstelle Reutlingen aufgeschaltet. Alle 50 Meter befindet sich ein Grenzflächenhorn. Im Brandfall oder bei einer technischen Störung gibt das System des Tunnels automatisch Verhaltensanweisungen über diese Lautsprecher an die Verkehrsteilnehmer. Für die Einsatzkräfte besteht jedoch auch die Möglichkeit, manuelle Einsprachen vorzunehmen. Die Fluchtwegkennzeichnungs- und Orientierungsleuchten befinden sich alle 20 Meter im Tunnel. Auf jeder ist der Abstand zum nächsten Notausgang in beiden Richtungen angegeben. Im Brandfall oder bei einem Brandalarm schalten sich die LEDs an den Seiten der Orientierungsleuchten ein und leuchten damit den kompletten Notgehweg aus. Auf den Notgehwegen befindet sich alle 20 Meter eine aktive Leiteinrichtung als LED-Modul, die zur besseren Orientierung während der Fahrt durch den Tunnel hilft. Im Brandfall oder bei einem Brandalarm leuchtet jedes Modul in voller Stärke in beiden Fahrtrichtungen und soll den Flüchtenden bei einem verrauchten Tunnel den Weg zur nächsten Notausgangstür weisen. Im Scheibengipfeltunnel sind insgesamt sechs Strahlventilatoren A40 kW verbaut. Die Strahlventilatoren werden bei Bedarf dafür verwendet, die Luftgeschwindigkeit im Tunnel zu steuern, die Luft reinzuhalten und klare Sichtverhältnisse zu schaffen. Die Ansteuerung der Strahlventilatoren erfolgt über diverse Messungen der Sichttrübung, der Luftströmung und des CO-Gehaltes im Tunnel. Das Sichttrübe-Messgerät kontrolliert, wie viele Partikel sich in der Luft befinden und ob die Sicht des Verkehrsteilnehmers beeinträchtigt ist. Bei Überschreitung des Grenzwertes wird der Tunnel automatisch gesperrt. Um Nebel ausschliessen zu können, wurden an den Portalen spezielle Sichttrübe-Messgeräte mit integrierter Heizung verbaut. Das Strömungsmessgerät misst die Luftgeschwindigkeit im Tunnel und dient zur Steuerung der Strahlventilatoren. Das Kaltrauch-Messgerät ist in der Lage, einen Brand auch ohne Hitzeentwicklung zu erkennen und einen Brandalarm auszulösen, um den Tunnel zu sperren. Das CO-Messgerät überprüft den Kohlenstoffmonoxidgehalt in der Luft. Bei einer Überschreitung des festgelegten Grenzwertes wird der Tunnel ebenfalls gesperrt. Wird im Scheibengipfeltunnel ein Brand über das Brandmeldekabel an der Tunneldecke detektiert, aktiviert sich automatisch die Brandlüftung. In dem Brandmeldekabel befindet sich alle 4 Meter ein Chip, der die Temperatur an der Tunneldecke überwacht. Wird eine zu hohe oder ein schneller Temperaturanstieg erkannt, wird automatisch das Brandprogramm des Tunnels aktiviert. Ein möglicher Brand im Tunnel kann auch über den Kaltrauchsensor, den CO-Sensor oder das Sichttrübe-Messgerät erkannt werden. Wurde ein Brand im Tunnel erkannt, werden automatisch die zwei leistungsstarken Axialventilatoren im Betriebsgebäude Süd hochgefahren. Über den Tunnel verteilt sind in der Tunnel Zwischendecke 22 Rauchabzugsklappen eingebaut. Über der Tunnel Zwischendecke befindet sich die sogenannte Abluftkalotte. Je nachdem, wo das Brandmeldekabel den Brand detektiert hat, öffnen sich die zwei vor und die zwei nach dem Brandherd liegenden Rauchabzugsklappen, damit der Rauch gezielt aus dem Tunnel über die Abluftkalotte durch die zwei Axialventilatoren abgesaugt werden kann. Somit ist es dem Verkehrsteilnehmer selbst im Brandfall möglich, sich sicher in den Rettungsstollen zu begeben. Am Betriebsgebäude Süd befindet sich außerdem die Abluftöffnung, über die der Rauch letztendlich ausgeblasen wird. Vor der Verkehrsfreigabe wird die Funktionalität der Brandlüftung durch einen großen Brandversuch überprüft. Der Scheibengipfeltunnel ist mit einer Tunnelfunkanlage ausgestattet. Diese besteht aus einer Antenne am Betriebsgebäude Süd, mehreren kleinen Rundstrahlantennen an den Portalen und an den Betriebsgebäuden sowie dem Leckkabel im Tunnel und im Rettungsstollen. Über das Leckkabel kann der Autofahrer die Radiosender SWR3, Antenne 1 und Neckaralp Live im Tunnel empfangen. Dieses ermöglicht auch den Einsatzkräften, sich über Funk im Tunnel zu verständigen. Die Betriebszentralen Nord und Süd sind mit einer Raumbelüftungsanlage ausgestattet. Das Zentrallüftungsgerät saugt Außenluft an und filtert diese über mehrere Stufen. Je nach Außentemperatur kann diese Luft mit einem Heizregister erwärmt werden. Auch die Kühlung der Technikräume spielt eine große Rolle. Der Raum, in dem sich die Batterien für die USV-Anlage befinden, muss beispielsweise ganzjährig eine Temperatur von 20 Grad Celsius aufweisen. In anderen Räumen stehen Technikanlagen, die eine Abwärme von bis zu 50 kW produzieren können. Zum Vergleich, ein haushaltsüblicher Heizstrahler hat maximal 2 kW. Im Zuge der betriebstechnischen Ausstattung des Scheibengipfeltunnels wurden vor dem Tunnel Wechselverkehrszeichen, Wechselwegweiser, Induktionsschleifen, Schranken und Verkehrslichtzeichen errichtet. Im Tunnel wurden Pannenbuchthinweisschilder, Induktionsschleifen und LED-Verkehrszeichen installiert. Je nach Verkehrssituation im Tunnel, wie leichte Behinderung, richtungsbezogene Sperrung oder Vollsperrung, ändert sich die Anzeige auf den Wegweisern und Verkehrszeichen. Im Normalzustand zeigen die Wechselverkehrszeichen 70 km pro Stunde an. Bei einer leichten Verkehrsbehinderung im Tunnel wird die Geschwindigkeit auf 50 km pro Stunde reduziert. Sollte eine oder beide Fahrtrichtungen gesperrt sein, wechseln die Wechselverkehrszeichen auf Durchfahrt verboten. Die Wechselwegweiser ändern sich auf eine Umleitungsbestilderung durch Reutlingen. Die Wechsellichtzeichen gehen auf rot und die Schranken schließen sich. Über die Induktionsschleifen in der Fahrbahn werden Staus detektiert und Verkehrsdaten erfasst. Die Induktionsschleifen in den Pannenbuchten erkennen stehende Fahrzeuge, schalten den Tunnel auf leichte Verkehrsbehinderung und informieren über die Tunneltechnik die Straßenmeisterei. Das Pannenbuchthinweisschild befindet sich jeweils 50 Meter vor den Pannenbuchten und weist den Verkehrsteilnehmer auf die Möglichkeit hin, ein defektes Fahrzeug ohne Gefahr für Dritte abstellen zu können. Am Ende jeder Pannenbucht befinden sich die LED-Wechselverkehrszeichen, die ein Überholverbot und je nach Tunnelzustand die zugelassene Höchstgeschwindigkeit anzeigen. Im Scheibengipfeltunnel wurde für den Brandfall im Tunnel eine Löschwasserversorgung vorgesehen. Im Tunnel befinden sich alle 130 Meter Überflurhydranten. Vor den Tunnelportalen sind ebenfalls Hydranten installiert. Die Hydranten werden aus einem Löschwasserbecken mit einem Fassungsvermögen von 72.000 Litern versorgt. Für den nötigen Wasserdruck von 6 bis 8 Bar sorgt eine Druckerhöhungsanlage im Betriebsgebäude Nord. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!